Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische MarschMap 3.1 ohne Gräben. Was haben wir gerade gemacht in der letzten Folge? Wir haben Hackschnitzel geholt von der Holzindustrie und ich habe mich darüber aufgeregt, dass ich die zwar beim Palettenverkauf verkaufen könnte, aber eben nur auf Paletten. Aber wo kriege ich Hackschnitzelpaletten her? Ich weiß es nicht. So, jetzt noch eine nächste Frage. Habe ich eine Anhängerkupplung hier hinten dran? An diesem Fahrzeug. Vielleicht kann ich mir eben hier dieses Dolly abbauen. Kann ich. Sehr schön. Kann ich mir nämlich den Aufflieger hier schnappen. Ich kann damit dann zur Holzverarbeitung fahren. Ich kann dann damit schön erstmal da weiter arbeiten. Dolly hinten dran, weil ein Auflieger steht da noch an der Palletfabrik. Jetzt auch wieder produzieren kann. Nachdem ich Paletten hingebracht habe. Air-Paletten. Auf geht's zur Holzindustrie. Ich und mein Holz. Jetzt können wir erstmal Pallets verkaufen. Jetzt können wir mal gucken, wo es denn am meisten Kohle für Pallets gibt. Pallets habe ich da echt viele. Mehr als ich brauche. Als ich brauchen kann. Ich habe bestimmt locker drei Trailer-Pallets da unten stehen. Locker. Vielleicht sogar dreieinhalb. Die müssen ja auch mal an den Mann gebracht werden. Mein ausgegebenes Ziel ist mindestens 10 Millionen Euro zu haben, wenn ich auf die neue Karte wechsle Mitte Dezember. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich gehe davon aus, dass ich es schaffe. Ich gehe sogar davon aus, dass ich es weit übertreffen werde. Allein schon, wenn ich daran denke, wie viel Schnaps und Bier wir noch produzieren, wenn wir das alles verkaufen. Ein Trailer Schnaps hat mir letztens zwei Millionen Euro gebracht. Das ist natürlich schon richtig viel. Ich will mal eben gucken. Stoffrollen, 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 Palettenverkauf, 3.256. Ja, Stoffrollen würde ich sagen, kümmer ich mich drum. Was ich jetzt eben machen werde, ist... Ach, Mann. Ich werde eben einmal hier die Palettenproduktion freiräumen. Mal gucken, was denn hier als Ladegut eingestellt ist. Paletten, ja, das passt ja. Was für ein Zufall, Har, Har. Ja, wir können ruhig weiterfahren. Zack, Paletten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch Paletten brauche. Leere Paletten. Die ist auch beim Paletten verkauft. 2000. Ja, weiß ich aber nicht, ob ich die jetzt brauche. Oder nicht. Daher werde ich jetzt erstmal die hier abladen. Hier hinstellen. Hier, da habe ich zwei, fast drei, Trailer-Paletten. Ach, herrje, große Paletten. Jetzt erstmal eben machen, ich koppel hier erstmal den Dolly ab und den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Jetzt hole ich hier eben schnell die Großpaletten weg. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Boah, ich fahre mir hier was zurecht wie der erste Mensch. Na ja, schlimmer als der erste Mensch, würde ich sogar sagen. Wieso eigentlich? Wenn ich von vorne, äh, von hinten gucke und nicht sehe, wo ich hin muss. Darum. Jetzt aber ein bisschen steil. Aber das soll wohl gehen. Ja, mehr will ich ja gar nicht. Voll im Weg hier, aber egal. Da sind auch noch zwei Stämmel drauf. Die kann ich auch noch loswerden bei Bedarf. So. Okay. Und jetzt. So. Und jetzt. So. Ja. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was wir denn hier für die Wolle kriegen. Boah, ganz schön staubig hier Untertitelung des ZDF, 2020 Fast voll Eine noch 1963 Produzierst du denn? Warum nicht? Komm, eine noch Eine Palette noch Na komm, fangen wir eh später nochmal wieder hin Können wir ja mal reparieren lassen Die Kosten So, Stoffrolle war, wo am billigsten, am teuersten Palettenverkauf Na, da ist es ja gut Können wir uns auch wieder ein bisschen weiter Weiter wegstellen Und dann können wir auch mal gucken, was wir für einen fast vollen Trailerstoff Können kriegen Das kann auch nicht wenig sein Oh, hoffentlich passt das So Augen auf Augen auf beim Stoffrollenverkauf Und jetzt würde ich erstmal Palettes Verkaufen Mal gucken, wo es die denn am günstigsten gibt Am besten Ihr am besten loswerdet Palettes Heimisch im ganz unten Heizkraftwerk Oh, mein Gott Das ist doch nicht so Ja, die anderen Pellets hole ich gleich mit dem Unimog. Und den bringe ich hier gleich auch noch in die restlichen beiden Stämme. Und den dann wieder in die Stämme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Viel mehr brauche ich jetzt hier auch nicht, Wasser haben wir überall noch, Platz ist da auch, gehen wir da vorne noch mal ein bisschen Kompost hin und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, ich würde mich über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo freuen, noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, deshalb sage ich in diesem Sinne Tschaui.